Moin moin und danke für den Follow, Mann! Das hat nicht funktioniert. So, was haben wir jetzt überhaupt? Oh, fuck you! Geld! Ja, ja. Oh, nee. Hast du das? Mega nice. Wir haben alle gespielt. Irgendwie war das prober Modus. Rechts sind welche rumgelaufen. Ah, ich habe einen rechts. First Target destroyed. Oh mein Gott! Der hat ernsthaft von den NPCs über den Haufen geschossen. Ich habe jetzt schon einen Titan Turret. Hat sich null. Ah, du spielst mit dem Turret? Okay. Nee, ich spiel mit random. Ah! Pilot, you almost have your Titan. Keep fighting. Du willst schneller aufladen, ne? Ja, ja. Ich habe dann nur 36% zum Aufladen. Ich habe mein Titan ready. Stand by for Titanfall. Ah, wirklich. Sniper bei dem Modus. Jetzt wird aufgeladen. Wird dann von jedem das Geld abgebucht, oder? Nee, du musst hingehen und den Bonus noch aufladen. Also du musst das Geld erst sammeln, dann darfst du nicht sterben, dann musst du das Ding in die Bank schaffen. Oh. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Two kills. Well done, Pilot. Und dann geht's mit. Doll, wie sie alle reinlaufen. Great focus. Triple kill. Weil wir das erste Mal diesen Bonus gespielt haben haben. Oh mein Gott, so derber aufs Maul gekickt. Weil wir gegen ein Sex-Priman-Team gespielt haben. Okay, das ist natürlich assi. Die zwei haben dann die Banken gespielt und die anderen sind einfach durchgereist. Alter. Der Malz. Bleib da stehen. Bleib da stehen, komm zu Hause. Ich wurde weggeschoben, ich kann nichts dafür. Nein, ich meinte nicht, ich bin nicht geteilt. Hinter uns, es sind zwei Ronins hier, what the fuck. Ach, der hat ein Explosions-Ding drin. Oh fuck. Das ist natürlich nicht so geil. Ich hab' wieder 100. Ich hätte grad zwei Wunden irgendwie. Ach so, wir müssen dann drücken. Das sind zwei, ja du musst. Du musst nur RMA E drücken, dann fängt das an mit Hochladen automatisch. Dann musst du bloß in der Nähe stehen bleiben. Ach, die spielen... Was? EPG? Was ist das für ein komischer Werfer? Ach. Wahnsinn. Chill. Komm her. Ja, von der Seite. Komm her. muss man hier eine Bonusbatterie geben Okay, ist mir noch nicht passiert Das kann ich aber auch schon Wow, fuck Standby for Titanfall das war gegen den titan zerlegt erster belfield 1940 ist besser wir müssen wieder abgeben wenn ihr geld habt die hat der beste bf gespielt leider kann die beurteilen der doppelkiller wird der forscher der mancher ich will den scorch man auto titan los guck dir mal den score an mhm Wo kommt die Bounty? Die Bounty kommt bei euch da hinten Ich bin aufm Weeg Siebzehn Leute, Hawking Ich wünsche euch allen einen guten Morgen Oh mein Gott Danke, dass ihr alle reinschaut Ich soll ihn nicht fressen Nicht so viel sterben Ich dachte, Max will nicht sterben, Sally Jetzt schreib mich mal Gerade du sagst nicht, dass ich sterben Gerade du Ja eben, gerade ich Ja sowas verpasst Stimmt, das sind meine Dugfords Eins Dugfords, zwei Streams verpasst Es gibt zwei, lol Das sind zwei Piloten, ne? Oh, eingewischt Nice Core ready Ja klar mag ich das Eben Wenn du das nicht im real life magst Alles gut Runter Oh fuck it Was ist das Ding noch zu töten eigentlich, ne? Du bist nicht tot Au, der will nicht Au, 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 au Au, 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 au Halt Lach, lachend im Bett Einfach nur Oh lord, wer steht da neben mir? Oh man Mh Herausrage 0-1 Ich will es ja auch raus sagen, dass du hier followst, man Danke Willkommen Nein, du springst mir nicht auf den Schädel Na, weg dir Lol Mein Auto Titan killt noch Leute Alles klar Find ich gut Find ich gut Nämlich Der ist eigentlich schon Doomt seit ewigen Zeiten Ja, ob der flach war Find ihn persönlich gut So, easy Ganz leicht Was ist einer mitten drin? Genau Oh man Okay Nachteil in großen Maps Spawnt ewig weit weg Oh Oh So, wen gucke ich mir jetzt hier an? Oh nie Oh nie Nein Der Line Ja da, der Line Der, unser, unser Zuschauer hier Mal gucken wie der erzählt Ich strebe auch selber Ich strebe auch selber Na, er spielt mit der, mit der Mauer auch, okay Ja Ding, die Taten und so ist halt richtig geil Ein Problem ist, ich kriege damit nix tot, oh Ich hab nicht gesehen Es ist morgens mit etwas dunkles, Licht da draußen reicht nicht, weißt Ja Ja, wenn man Leute macht mir ja Bock natürlich, ne Außer du hast natürlich ein Team, was irgendwie nur bei A rum steht und der und der nach hinten den PC an und steht das 6 Zeit ist noch B rum Das macht das Spiel keinen Spaß Ah, ich mach nen Titan-Ready Gibt's doch auch? Nein, das spiel ich nicht Das hat mich zu wenig interessiert, muss ich sagen Rief doch ganz gut Infinite Warfare CoD Weil wenn ich's mir holen würde, würde ich eh nur Modern Warfare Remastered spielen Bin ich ganz ehrlich Weil ich fand das geil, das damalige Ich warte, bis sie die ganzen Vorbesteller verraten und das Remastered trotzdem so verkaufen Natürlich auch zum Vollpreis von 50 Euro, aber werden sie machen Naja, ab und zu machen Ab und zu machen